Mit dem Moving Star 101 erleben Sie eine neue Dimension der Freiheit und Unabhängigkeit. Egal ob Sie durch eine Verletzung nur temporär eingeschränkt oder aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf ein Elektromobil angewiesen sind. Der Moving Star ist mit seinen rund 19,5 Kilogramm ein echtes Leichtgewicht. Dennoch ist er robust genug, um ein Maximalgewicht von 115 Kilogramm zu tragen. Die Bedienung ist einfach und spielend leicht. Gesteuert wird der Moving Star durch einen kleinen Joystick. So benötigt man nur einen kleinen Finger und keinerlei Kraftaufwand, um den Scooter jederzeit sicher zu beherrschen. Egal ob unterwegs oder auch zu Hause. Enge Räume sind keine Herausforderung mehr. Der Moving Star ist so wendig, dass er sich auf der Stelle drehen kann und man direkt bis an den Tisch heranfahren kann. Bewältigen Sie Strecken, von denen Sie bisher nur geträumt haben. Auch Steigungen von bis zu 10 Prozent meistert der Moving Star spielend. Mit einer Reichweite von 15 Kilometern und dem einfachen Laden an einer herkömmlichen Steckdose erweitert der Moving Star nicht nur Ihren Bewegungsradus, sondern auch Ihre Lebensqualität. Der Moving Star 101. Ihre neue Freiheit.